Verwandte Spiele sind Yacht mit den kommerziellen Versionen Yatzi und Knüffel sowie Generala, Chirio und des weiteren Cameroon und Double Cameroon, Cray Hindenburg und Querpokern. Die Regeln Die nachstehende Beschreibung folgt dem Regelbuch der Firma Piatnik Wien Varianten Siehe unten. Escalero wird von zwei Personen mit einem Satz von fünf Poker oder Augenwürfeln gespielt. Die Spieler notieren ihre Resultate auf einem Spielblock in einer Tabelle mit zehn Zeilen und sechs Spalten. Die ersten sechs Zeilen der Tabelle sind den sogenannten Bildern. Die weiteren vier den Kombinationen gewidmet. In einer Abschlusszeile werden die Spaltensummen eingetragen. Jedem Spieler stehen so für das Eintragen seiner Resultate drei Spalten zur Verfügung. In jeder Runde darf dreimal gewürfelt werden. Ein Spieler hat die Möglichkeit nach dem ersten Wurf oder auch nach dem zweiten Wurf die Würfel beliebig liegen zu lassen oder wieder aufzunehmen. Nach dem letzten Wurf entscheidet der Spieler, was er in der Tabelle einträgt. Die höchsten Würfel sind Grande. Wert 50 Punkte serviert 80 Punkte. Poker Wert 40 Punkte serviert 45 Punkte. Full House Drei gleiche und ein paar. Wert 30 Punkte serviert 35 Punkte. Strait auch Straße oder Quint, also A, K, D, B, 10 oder K, D, B, 10, minus 9, bzw. falls mit Augenwürfeln gespielt wird. 6, 5, 4, 3, 2 oder 5, 4, 3, 2, 1. Wert 20 Punkte serviert 25 Punkte. Eine Servierung erhöht den Grundwert von Strait, Full House und Poker um jeweils 5 Punkte. Im Falle eines Grande um 30 Punkte. Bei einer Servierung ist es gleichgültig, ob es sich um den ersten, zweiten oder dritten Wurf eines Spielers handelt. Wesentlich für einen Wurf aus der Hand ist, dass alle 5 Würfel zugleich geworfen werden. Kommt es zu einem Wurf aus der Hand, so wird das Maximum von 3 Würfen nicht immer ausgeschöpft. Da nach einem weiteren Versuch die Extra-Punkte nicht mehr notiert werden dürfen. Würft ZB, ein Spieler einen Poker aus der Hand und versucht nun mit seinen verbleibenden Würfen ein Grande zu erreichen, so darf er, falls dies nicht gelingt, den Poker nur mehr mit 40 Punkten eintragen. Abgesehen von den obigen Kombinationen muss man als Spieler versuchen, die verschiedenen Bilder von 9 bis 10 möglichst oft zu erreichen. Das Optimum ist 5 mal die 9, 5 mal die 10 USW. Hierfür erhält man wie folgt Punkte. Man multipliziert die Anzahl der Würfel, die das Bild zeigen, mit der Punktezahl für das betreffende Bild. Die Punktewerte der einzelnen Bilder sind. Eine 9 zählt einen Punkt, eine 10 zählt zwei Punkte, Bube 3, Dame 4, König 5 und das A6 Punkte. So zählen etwa 4 Buben 12 Punkte oder 3 Könige 15 Punkte. Um sich diese Umrechnung zu ersparen, wird daher sehr häufig mit Augenwürfeln anstelle von Pokerwürfeln gespielt. Jeder Spieler trägt am Ende einer Runde die erzielten Punkte in der Tabelle in der dem Bild bzw. der Kombination entsprechenden Reihe und je nach Wunsch in der ersten, zweiten oder dritten Kolonne ein. In jedes Feld der Tabelle darf nur einmal eingetragen werden. Einmal eingetragene Punkte dürfen nicht mehr geändert oder etwa in eine andere Kolonne verschoben werden. Hat ein Spieler in einer Runde besonders schlecht gewürfelt und kann keine gewinnverheißende Eintragung vornehmen, so darf er, um den Verlust klein zu halten, ein Feld der Tabelle streichen, die H, in das entsprechende Feld eine Null eintragen, Z, B, in das Feld für die Neuner in der ersten Kolonne. Freilich steht ein einmal gestrichenes Feld im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr für eine Eintragung zur Verfügung. Anmerkung Nehmen drei Personen am Spiel teil, so spielt jeder für sich gegen die beiden anderen. Der Sieger einer Kolonne erhält von jedem der beiden Gegner die Punkte sowie beim Spiel zu zweit ausbezahlt. Gewinnt Z, B, C, minus 1, minus 2, minus 4 ist gleich minus 7 Punkte. Gewinnt ein Spieler alle drei Kolonnen, so erhält er von beiden Gegnern jeweils 9 Punkte. Nehmen vier oder mehr Personen an einer Partie teil, so werden zu Beginn Paare gelost. Erste die Teilnehmerzahl ungerade, so spielt entweder ein Spieler für zwei Personen oder er macht den Schreiber. Jedes Paar erhält drei Kolonnen, jeder der beiden Partner darf je Runde bis zu dreimal würfeln. Es darf aber nur eines der beiden Ergebnisse je Runde in der Tabelle eingetragen werden. In jeder Kolonne gibt es ein Siegerpaar. Varianten Escalero wird abweichend von den obigen Regeln auch wie folgt gespielt. Jeder Spieler spielt, wie auch beim Verwandten Yacht, nur eine Stadt drei Kolonnen. Der Gewinner erhält die Punkte Differenz nach einem Vorbeginn. Der Partie vereinbarten Schlüssel ausbezahlt. Dies dürfte die ursprüngliche Version des Spiels sein. Die Tabelle enthält elf Stadt zehn Zeilen und zwar zusätzlich zur Zeile für Grande noch eine weitere Zeile für Grande serviert. Dieses wird mit 100 Stadt mit 80 Punkten bewertet und als Doppel Grande bezeichnet. Das Strait wird mit 25 Stadt mit 20 Punkten serviert mit 30 anstelle von 25 Punkten bewertet. Weitere Spiele mit Pokerwürfeln Würfel-Poker, Poker-Dice, Leier-Dice